Ich kann theoretisch genau, wenn ich's brauche, jetzt einfach zwei Meter hinter mich gehen und mehr Wasser aus dem Kühlschrank, oder? Nee, bist du nicht im Kühlschrank? Achtung, da ist ein Kabel. 9 zu 10. Dein Ernst? 3 zu 2? Ja. Gerade ist mein Internet übrigens wieder perfekt. Ja, ich kann eben übrigens mal aufhören. Und dann bist du Detective. Nö, ich sagte mal, bevor wir ohne Krass haben, dass du dein Fassel gesagt hast. Trotzdem, ich muss dich immer fragen, ob du Detective bist. Bist du Detective? Bist du Detective? Ey, du. Nein, ich hab Gott, das ist so. Hieß das, ich hab immer wieder weg. Ja, wir können die Samen dann alle direkt zerstören lassen. Hieß das, ich könnte dich theoretisch einfach umbringen und du könntest dich nicht wehren. Hieß das? 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 Ab in die Runde, ab in den Sonnenschnein. Hieß das? Hieß das? Hieß das? Hieß das? Hieß das? Hieß das? Hищ das? Hieß es? Hieß das? Hieß das? Hieß das? Hieß das Hieß das? H обer sounds, we're albo quiz this! Ja, die sind sogar ziemlich teuer. Und die kosten... die Loll. Ich glaub, wenn ich richtig gesehen hab, war da vorne. Dieser schwarze Typ war so ein Schwert. Ich verfolge ihn vielleicht. Also von hinten ist es ein ganz schwarzer Skit. Ich hab Blindness. Also es gibt einen, den seh ich hier. Ja. Das, Mann. Ah, dann doch nicht. Ihr seid Alex. Erstens Alex, zweitens... Ach danke, der hat grad sein Messer nur rausgeholt, um mich abzustechen, als du das gebrüllt hast. Und ich kipp kurz die Zitronenlimo weg. Die eigentlich Wasser sein sollte. Mein Zitronenwasser schmeckt nach einer Schlittenblut, oder? Ich hasse Zitronenlimo. Das müsste jetzt nur Wasser sein. Wenn das jetzt wieder nach Zitronenlimo schmeckt, falle ich vom Glauben ab. Aber vorher spende ich meine Karte. Das ist ein Uhhhhh. Ich will einen Metallblock. Das ist ihn... Es ist Wasser. ja ich habe mich schon gefragt alter da hat jemand gerade du hast genau in meine richtung geguckt und auf einmal falle ich tot um und du hast einfach gar nicht reagiert ja ich war direkt neben der statu das ist es ja ich stand direkt neben der statu und falls und und du reagierst einfach nicht mich schon gefragt ob du auf drogen bist naja wo wir eigentlich beim thema sind bist du detektive wir rissen dann was ist denn was ist mit der runde ach mario haben wir auch wir haben luigi player und mario player das sind voll die klempner ja einer schreibt auch hi mario hi luigi ist irgendwas bist du tot tot gibt es übrigens auch in der runde ja ich weiß ich habe ich habe dort ja abgestochen sehr gut vor allem ich sag so hier gibt es auch ein tod da standen gerade mario luigi und tod zusammen ich steche den tod erst mal tot wo denn vor allem stand bei mir erst irgendwas anderes auf dem bildschirm bevor dass ich gestorben bilden ich dachte ich habe den typen getötet und er war detektive wte was hast du für chancen okay ich hatte gerade sechs chancen als ich mörder geworden bin vor allem wenn du einfach mal im tab geguckt hat ist und ein bisschen logisch nachgedacht hättest hättest du sofort gewusst dass ich mörder bin ich meine ich kann es ist aber gut das ist jetzt ist das denn ernst das muss ein bug sein das muss ein bug sein dafür war ich heute schon zweimal mörder mörder und einmal detektiv was du schon zweimal detektiv ne dreimal detektiv oder ja das ist das dritte mal gesagt ok ich war insgesamt auch dreimal was aber nur einmal detektiv und zweimal mörder für die zuschauer zweimal von ihm den detektiv und bei mir ich glaube einmal mörder ist mal detektiv weiß ich nicht ich war nicht vor der aufnahme übrigens habe ich habe übrigens schon relativ viel gold dafür dass das spiel so jung ist nenn ich es mal sieben stück nämlich ich habe fünf du bist detektiv da brauchst du kein gold das wäre auch klar das ist halt so eigentlich voll dumm als detektiv gold zu sammeln noch ein gold dann habe ich einen bogen oh ok ich merke mir die kürbisse sind schwerste nein ja hast du das gesehen ja mich habe ich gerade übel gebrüllt ich habe gerade übel gebrüllt kann daran liegen also ich vor allem der steht so am bogen wirft mit seinem schwert ich habe meinen eigenen bogen steht hinter mir und verfehle wenn er bemerkt hätte dass ich wenn er bemerkt hätte dass ich auf ihn geschossen habe wäre ich glaube ich gestorben oh bei mir im chat steht mit rot mit dem mörder zu teamen ist nicht erlaubt ja bei mir auch aha so ganz verzögert äh ja bei mir auch ich bin tot es war halt es war halt klar bei mir nicht ich weiß ich weiß es war ja auch klar ich hätte es auch geschrieben wenn du halt nicht direkt bei mir gewesen wärst ich habe ja auch direkt gesagt ja ok jetzt trinkst du mich oben es war halt einfach so klar ähm das könnte an etwas liegen ähm das ist in der allgemeinheit als mangelnder skill angesehen also Toad ist auch ein experte der outplayt dich Digger die führt dich hier voll vor du kriegst ja gar nichts wow Alex klasse ah man einer hat auf dich geschossen du hast eigentlich geplant hast du eigentlich geplant heute noch wen zu töten inzwischen weiß jeder dass du mörder bist und du hast außer mir fast noch niemanden gezönt sind das schwert fliegt langsam irgendwie habe ich nicht das gefühl dass du gewinnen wirst da kannst du echt machen vor allem der eine typ mit dem bogen reitet so von der seite voll auf dich zu du guckst nur so nach vorne ich glaube du wolltest dein schwert greift oder so neben dir steht so der typ steigt kurz vor sein pferd abzielt noch ein bisschen ich glaube die map hatten wir erst einmal und da war ich mörder mit einem prozent was ist da steht naja teaming with the innocence oder teaming with teaming with nein da steht teaming with the detective slash innocence is not allowed soll ich es dir buchstabieren ich glaube dir wahl du hast digga wenn ich sag ich bin inno glaubst du mir nie hey zwei und eine Zeit bis li wenigstens konnte ich noch schreiben Nein, was tust du? Dein Typ ist einfach am Bogen vorbeigerannt. Der ist eigentlich voll dumm. Wenn er einfach nur am Bogen steht, können alle anderen sich Gold grabben ohne Ende. Oh, hat der gerade wen gesnipet mit dem Schwert? Ja, alter! Nicer Shot. Mann, hättest du ihn länger ablenken können, hätte Toad zum Bogen gehören. Ja, geh doch hin! Ja, töte ihn! Und der eine ist im Chat. Hi! 4 und 6. Die Map hatten wir erst einmal. Da warst du überraschenderweise Detective. Ich hab 4 und 6. Ich wette, du bist... Ja, du wirst jetzt Detective, Junge. Innocent. Buchstabier mir das. Was hat er gesehen aber interessant aus? Buchstabier mir das Wort innocent. Oh kacke, weiße Haare! Weiße Haare! Was? Weiße Haare! Okay, weiße Haare! Schreibe in den Chat... Schreibe White Hair in den Chat! Ach so, schreibe was denn durch... Weiße Haare! Ja, ich glaub... Ja... Walddäums! Oh ja, sorry übrigens für den Anfall gerade. Ach, der Typ hat mich schon mit dem Schwert verfolgt. Da ist mir klar, dass ich recht hab. Ich hab leider erst 3 Gold. Oh kacke, ich glaube er hat mich gesehen, weg hier. Nee, er rennt mir nicht hinterher. Es lieben nur noch 6. Wo ist denn der Detective? Oh Gott, er muss nach unten kommen. Uh, ich春... 機械... Hä? Alter! Deiner hat auf mich geschossen! Nein! Oh Gott, der Typ ist hinter mir! Die Plätze sind ja gar nicht übertrieben! Ja! Alter, ne halbe Stunde weggerannt und ihn dann getötet! Ich hab nur mal kurz Licht angemacht! Drei, drei heißt Schorzen! Drei, sechs und ich hab den Mörder getötet, weil ich gut bin! Wasser-Glas-Geräusche FTD! Hm, klasse! Ich hab das Jump'n'Run überlebt! Das heißt, ich muss inno sein! Ach, JF ist Mörder! Oh ne, YSGDF ist Mörder! Ja! Auf die Seite! Warte da in der Ecke! Weil ich I like Brokkoli schreiben musste! Ja! Also ich leb noch! Wow! Ich weiß nicht mal, warum ich so geschrien hab, aber... Ja! Ich weiß nicht mal, warum das so buchig war! Du hast nicht mal was gemacht! Ja! Das könnte sein! Drei und fünf! Ja, ich werd gleich Mörder! Ich hab aber das Gefühl... Drei und drei! Ich hab das Gefühl, du wirst zwar heute jede Runde gefühlt Detective, aber ich dafür relativ oft Mörder! Jede Runde gefühlt Detective, hm 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 hm! Irgendwie schon! Die letzte ist aber schon ein bisschen gärer! Ich denke, ich werd ausnahmsweise auch dieses Video mal ähm nicht... Oh! Mal nicht was! Also keine Funny Moments drausschneiden, damit ich das in ein, zwei Tagen schon hochladen kann! Wow! Was ne krasse Runde! Echt tolle Runde! Ja! Ich hatte schon ne Runde mit Slime PvP! Wir... Wir haben die Aufnahme begonnen, die Begrüßung gemacht! Währenddessen sind wir auf dieser Bibliotheks-Map gelandet! Und nach geschlagenen zwei Sekunden war der Mörder tot, bevor er sein Schwert hatte! Wow! Ja, au! Noch drei, drei! Und dann hatten wir Lachanfall und die mehr packen wir heute noch nicht! Und die mehr packen wir heute noch nicht! Drei und fünf! Die mehr packen wir heute noch nicht und ich bin... Ich hab immer dieselben Chance! Ich geh ins Glücksspiel! Ich bin noch nicht tot! Dass der Maler sein Schwert jetzt erst bekommt, ist egal! Das war genau, ich hab den Zerrten! Okay, ich war grad im Glücksspiel! Ich hab ein bisschen Scheiße geschrieben! Ich hab den Bogen nicht gedroppt! Okay! Ich glaub PING 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 PING! Bist du tot? Ich hab den Bogen nicht gedroppt! Ich bleibe gefloben! Ich hab den Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Zweitens, natürlich hatte ich recht Ich habe erst zweimal Pink gesagt Weil er auf mich zugelaufen ist Und dann hat er sein Goldschwert rausgeholt Und dann habe ich noch einmal Pink gebrüllt 5, 7 Du wirst Detektiv Du wirst immer Detektiv Ich habe das Jump'n'Run schon wieder überlebt Das heißt, ich bin wieder Inno Also, wie komme ich nur drauf, dass du Detektiv bist Bin ich nicht Ach, bist du etwa Mörder? Nö, Handband, Lex Nee, nee, ich meine, weil du sagst Ich frage, bist du Detektiv? Du sagst, nee, irgendwas musste ja sein Illocent Oder Mörder Ich bin die ganze Zeit wieder hinter dir hergelaufen Ja, der Typ rennt immer noch hinter mir her Und ich habe 3 Gold Und ich habe keine Ahnung, wer genau es ist Ich glaube Ich glaube, gilt's YouTube Ah, nee Ich weiß nicht, ob der mich gesehen hat Ich weiß nicht, ob ich was weiß Mannes Leben nur 3 2 Das heißt, ich und der Detektiv Ja, Leute Wer arbeitet mal schön zusammen Ich sollte nicht probieren Bei dem Internet Hier, ähm Das Jump'n'Run zu machen Ja, du hast wie immer verloren Streng dich doch nächstes Mal an Du hast auch mal verloren Nein, ich habe nur nicht Ich habe 6,4,10 Und wenn du wirst vor mir Detektiv Kannst du nicht wissen, ich bin auch nicht Das heißt, es kann sein, dass du nächste Runde Detektiv wirst Ich sag dir Was ist? Ist nicht enttabliert Ach Das ist dir ja schön aufgefallen Soll ich dir jetzt applaudieren? Wir haben hier mal so ein Regenbogen-Sprite Man verwendet in Minecraft nicht den Begriff Sprite Außer man will was Außer man will was trinken Schleichwerbung Der Typ nimmt einfach Ja, ich habe das Gold Nicht er Bist du eigentlich Marder? Du hast doch auch die Idee Du redest die ganze Runde nicht Und es ist noch keiner tot Kann aber Ja, du wirst jetzt gleich dein Schwer drauf Und dich an mir zu rächen Oh, Legendary Gift Coins Alle Giften 400 Alle Gifts bringen Coins Und ich denke, der Marder ist alt Ich denke so langsam, dass der Marder alt K ist Könnte sein Könnte aber auch sein, dass du Marder bist Ah ja, by the way Wenn du Gold findest, lass mir das Ich habe schon 8 Achso, ich wollte gerade sagen Aber Holzschaufeln kann man sich hier ja kaufen Ja, dass du so schnell Über den See gesprungen bist Arschloch Ich weiß aber, die Kosten Gold Die kann man irgendwie anderen Spielern schenken Und ich habe keinen Plan, was das bringt Ich hole mir lieber einen Bogen Ich gucke mal, ob ich irgendwo ein AFK rumstehen Okay Ja, du hast mir eine Game Console gegeben Wow Das Einzige, das ich weiß, ist, dass man dem Marder nichts geben kann Das heißt, wenn du die ganze Zeit versuchst, wem was zu geben Und es nicht geht, dann weißt du, dass du wahrscheinlich in ein paar Sekunden tot bist Dann weißt du, dass du vielleicht noch gut zählst, was in den Chat zu schreiben 9, 10 Gleichzeitig werden die Chancen kommen Auch da 9, 14 Obwohl unter dem Chat könnte sich die 9 gerade zu einer 8 gemacht haben 8, 14 Man, jetzt habe ich ja weder eine Tischlampe Noch eine gesch- obwohl Tischplatte kann ich vielleicht freimachen Töte mich Töte mich Ich bin gleich bei dir Töte es mich jetzt Wie soll ich das denn machen? Mit deinem Schwert Ha, da lag Gold und du hast es nicht bemerkt Das war von Anfang an der Plan Ich werde angefroren, werde ich ihn zerstören Ah, der Steve ist Detective Der Marder ist wieder ein bisschen Der Marder ist wieder ak- So was passiert nur mir Ich sag gerade, der Marder ist diese Runde wieder ak- Öh, so was Marder hat mich erstochen Das passiert echt nur mir Dieses alten Streffende, der kommt wahrscheinlich auch vom Mörder Das war's Was ist diese Runde? Das ist alles Verstehe, bevor ich ja No, was ist die Runde? Ja auch Oh,-oh Sehr gut Das ist die Runde Ja!